Heyo Leute, ich bin Nathalie und ich habe meine eigene Diamond Painting Kollektion designed und veröffentlicht und diese stelle ich euch in diesem Video vor. Zwei meiner Bilder habe ich bereits fertig gepaintet. Unter anderem ist das dieser Löwe mit Beschützer. Und diesen leuchtenden Gaming Controller hier habe ich auch schon fertig gemacht. Diese hellen Steine hier, das sind Leuchtsteine, die gibt es so nicht bei dem Bild dabei, die kann man sich aber extra dazukaufen. Bei meinem dritten Bild, dem Axolotl im Seifenblasenmeer, bin ich gerade zu Gange. Und alle weiteren fertigen Bilder werdet ihr natürlich hier auf YouTube sehen oder auf meinen anderen Social Media Accounts wie TikTok und Instagram habe ich in der Infobox für euch verlinkt. Der Diamond Painting Shop war so freundlich und hat meine Bilder in seinem Sortiment aufgenommen und deswegen stelle ich euch jetzt die Qualität von dem Diamond Painting Shop vor. Am Ende des Videos habe ich noch einen wundervollen Rabattcode für euch, mit dem ihr 10% sparen könnt. Also bleibt dran! Die Leinwand ist aus richtig schön kuscheliger Baumwolle. Dieser Rand hier oben ist sogar abgesteppt, damit er nicht ausfranst. Und hier sieht man einmal in der Produktion, wie dieser Rand per Hand abgesteppt wird. Der Druck ist richtig schön farbig und präzise. Und hier sieht man in dem Herstellungsvideo auch, dass es nochmal mit Wärme behandelt wird und es deshalb schneller trocknet und nicht verschmiert. Die Klebefläche ist aus flüssigem Kleber, weswegen es nicht zur Blasenbildung kommen kann. Und hier in dem Produktionsvideo sieht man, wie es per Hand gemacht wird, jedes einzelne Bild. Und danach muss es 24 Stunden trocknen und dann kann es versendet werden. Die Steine haben richtig viele wundervolle Farben und sind aus richtig hochwertigen Acryl. Und sie kommen in Zipbeuteln an und das ist ziemlich praktisch, gerade für Anfänger, wenn sie noch keine Boxen haben. Hier in dem Video kann man sehen, wie für jedes einzelne Bild die Steine per Hand abgefüllt werden. Deshalb bin ich auch ein riesen Fan vom Diamond Painting Shop und habe meine Kollektion bei Ihnen veröffentlicht. Der Diamond Painting Shop hat natürlich nicht nur meine Kollektion, sondern auch viele, viele weitere Bilder und sehr viel Zubehör. Deswegen schaut da gerne mal vorbei und mit meinem Code NATALIE10 könnt ihr 10% sparen auf das komplette Sortiment ab einem Einkauf von einfach nur 19,99 Euro. Und das war es mit dem Video und ich hoffe, meine Kollektion hat euch gefallen. Wenn ihr Interesse daran habt, dann guckt doch mal beim Diamond Painting Shop vorbei. Der ist nochmal hier unten in der Infobox für euch verlinkt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.